Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind Daniel und Susi, wir sind digitale Nomaden und wir haben hier diesen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, um dich zu unterstützen bei deiner Reise zum digitalen Nomaden. Ich bin schon seit sieben Jahren auf meiner Weltreise und ich habe den größten Blog von Kanada, den ich aufgebaut habe. Ich habe letztes Jahr mein Buch veröffentlicht und wir haben gemeinsam gedacht, wir bauen jetzt ein Portal auf, wo wir dir helfen bei deiner Reise als digitaler Nomade. Es wird einen Podcast geben, es wird einen Blog geben, es wird diese YouTube-Videos geben. Also viel Spaß bei der Reise und welche Themen es genau gehen wird, zu sehen. Also eine Sache, die du gerade noch nicht angesprochen hast, ist unsere Website. Die haben wir natürlich auch, phoenixnomades.com. Da haben wir auch schon unsere ersten Blog-Artikel drauf, das heißt, das wächst auch stetig. Und dort, wie auch auf diesem YouTube-Kanal, soll es dann um Themen wie Travelling, digitales Nomadentum natürlich, Mindset, Lifestyle und alles drum herum gehen. Und vor allem, wie genau diese Themen zusammen gehören, zusammen passen und letztendlich auch, wie wir unser Leben gestalten, wie wir durchs Leben gehen und durch die Welt reisen werden. Auf diese Reise laden wir dich herzlich ein, uns zu begleiten und vielleicht können wir dich auch selber inspirieren und motivieren, deinen eigenen Weg zu gehen, wenn du magst, digitaler Nomade zu werden. Wir würden uns freuen, wenn du uns auf dieser Reise begleitest, wir dich auf deiner Reise dann vielleicht auch begleiten dürfen. Und bleib gespannt, sei gespannt, was dich alles auf diesem YouTube-Kanal erwarten wird. Genau, und wenn du irgendwelche Fragen zum Thema digitales Nomadentum hast, wie man zum Beispiel sich selbstständig macht oder irgendwas, du kannst uns schreiben auf Instagram. Ich blende das mal hier noch ein, die Instagram-Accounts, aber du findest es auch in der Beschreibung, genau, da unten drunter. Da findest du auch die ganzen Links zu der Webseite und alles, was in Zukunft noch kommen wird. Da kriegst du die Ressourcen, da kannst du dich mal durchklicken und stell uns einfach eine Frage. Und wir sagen einfach mal, abonnier unseren Kanal, subscribe, dingel, dingel, bang, bang, gong, also diese Glocke. Nur dann kriegst du Notifikationen, wenn wir in der Zukunft weitere Videos veröffentlichen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, oder? Herzlich willkommen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ready? Weiß ich noch nicht. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal, wir sind Daniel und Susi. Das war unterbewusst, ich wollte es eigentlich, wie die Mammusel nachdenken. Hotdrinks. Ja, wenn das total lustig für dich klingt und du auch M&Ms liebst. Vor allem hast du schon wieder falsch rumgesagt mit Susi und Daniel. Das mach ich mit Absicht. Ich konnte nicht mehr. Ich fand's voll gut, der Start war das Beste. Anfangen. Hi. Hi. Ich muss wieder reingucken. War doch gar nicht so schlecht, oder? Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, nehmen wir, könnte man schon nehmen. Ja. Sollen wir so lachen? Ja, warum nicht? Okay. Bitte. Ich bin dran. Alles Mhm. Vielen Dank.